Ich flippe aus hier! Und damit startet diese Web-Talkshow, endlich ist er da. Ich freue mich sehr. Einer meiner Lieblingsschauspieler. Herzlich willkommen, Dietrich Holinder-Bäumer. Wie geht's dir und wo bist du? Dankeschön. Ich bin zu Hause und habe eine etwas für mich neue Erfahrung, ein merkwürdiges Videogespräch hier. Ich gucke dahin, ob für mich bist du da. Aber da müssen wir durch jetzt. Da müssen wir durch. Und wir als Serienfans mussten in diesem Jahr durch zwei tiefe Täler. Eigentlich waren es drei. Das dritte war Professor T. Ist zu Ende gegangen. Du warst dabei. Noch mehr hat mein Herz geblutet. Bei Pastewka und bei Dark. Du warst. Du warst Jonas. Du warst Adam. Und wer das Pech hatte, deine Stimme nicht zu erkennen, wird wahrscheinlich jetzt schockiert sein. Was? Dietrich hat mitgespielt bei Dark. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Woran lag denn das? Na ja, das lag daran, dass wir uns sehr viel Zeit genommen haben, mein Gesicht zu verändern und zu verunstalten. Also ich habe da jeden Morgen dreieinhalb Stunden in der Maske gesessen. Und dann, ja, das verstehe ich. Ich weiß auch, Leute haben mir Mitteilungen geschickt, SMS und so, dass sie da gerätselt haben. Die kenne ich doch. Und dann haben sie gegoogelt. Und die haben sich geschämt, dass sie es nicht gemerkt haben, dass ich es bin. Dass sie es mussten googeln. Wessen Stimme? Ich kenne doch diese Stimme. Wer ist denn das? Ja, und so weiter. Und ich habe deinen Namen gelesen und habe gedacht, krass, Dietrich spielt mit. Jetzt bin ich aber gespannt, welche Rolle. Und dann kam halt Adam. Und deine Stimme hat für mich auch so eine Überpräsenz. Und ich habe natürlich sofort, ach krass. Und hatte noch gehofft, dass man dich nochmal ohne sieht. Aber wer Dark geguckt hat, weiß natürlich, Zeitreisen hinterlässt seine Spuren. Wie bist du denn damals zu Dark dazugekommen? Und hast du gewusst, dass diese Rolle, diese Figur, vor allem in den letzten beiden Staffeln, stark präsent sein wird? Oder vielleicht gedacht, das ist nur einmalig? Nein, nein, das war schon gesagt. Also die Aufgabe wurde mir mitgeteilt, um was es ging. Ich habe da ein Casting gemacht bei Simone Bär. Das war sehr, die waren sowas von nett. Und man hat mir nur gesagt, du bist das Böse, sozusagen. Das absolute Böse. Ja, da habe ich gesagt, kann ich das? Ich bin doch so ein netter Kerl. Aber ich habe schon früher in Tatorten einen Mörder gespielt. Also ich weiß, wie es geht eigentlich. Ich wollte sagen, du hast ja vor allem, du warst ja, du warst der Mörder. Ich war der Mörder. Du warst ja überrascht, dass du bei Pastewka nicht mal jemanden umbringen durftest. Das ist richtig, das ist richtig. Ich glaube, das war der erste nette Onkel, obwohl der ja auch seine Marotten hat. Ja, absolut. Also das war für mich halt, auch Pastewka sowieso ja eigentlich eine Legende im deutschen Fernsehen, anders kann man es nicht sagen. Und nachdem Sat.1 das Ganze sehr stiefmütterlich behandelt hat, ging es dann glücklicherweise bei Amazon weiter. Und für mich waren die Jahre bei Amazon die besten für die Serie. Also das hat so einen Spaß gemacht, euch zuzugucken, weil ihr auch, ich hatte das Gefühl, ihr durftet ein bisschen freier sein. Ja, ja, das war, also wirklich, es wurde, das weiß natürlich Basti und die Autoren wissen das, die haben natürlich geschrieben und haben das alles besprochen und so weiter. Aber dann, als es, und Regie, und als es dann losging, da hatten wir nur Unterstützung. Das muss ich sagen, ist das toll. Und das ist ähnliche Erfahrung bei Netflix. Also wenn die die Leute erstmal rausschicken und nur macht mal, dann wird da nicht reingeredet. Gut, ich kann auch nicht behaupten, dass vom ZDF oder ARD und so weiter oder Sat.1 was reingeredet wird. Aber dann machen sie es halt einfach nicht, oder, ne? Und das war natürlich krass. Also es gab, eine meiner Lieblingsszenen aus der letzten Staffel ist tatsächlich bei Kims Hochzeit euer großes Best-of in dieser Toilette. Ja, Hagen hat den Ehering verschluckt und hat den ganzen Mund voll, weil er ganz viele Blumen gegessen hat. Du bist mittlerweile der Vorletzte vom gesamten Pastewka-Cast, der hier zu Gast ist. Bastian fehlt noch. Alle anderen waren da, zu meiner ganz großen Freude. Und ich habe mit allen über diese Szene gesprochen. Und Bettina Lambrecht, die Großartige, hat gesagt, das war einfach ein Fest. Und man hat selbst ihr irgendwann angesehen, dass sie grinsen musste. Weil, wer Pastewka kennt, weiß, die Bücher sind fantastisch. Und gerade in dieser Szene ist das alles so on point. Und bei deinem Besuch im Bad findet deine Rolle eben heraus, dass mal wieder hart gelogen wurde. Da frage ich mich, du spielst jetzt schon so lange so erfolgreich und bei Pastewka halt auch von Anfang an mit. Du kennst natürlich die Figuren, du kennst die Rollen. Ist denn der Vater dieser beiden Söhne wirklich dann immer noch schockiert? Oder spielst du mehr schockiert, weil Dietrich denkt, meine Fresse, was macht ihr hier eigentlich? Das ist so ein Muster, was durchläuft. Ich glaube, das ist mit Eltern so. Man glaubt es nicht, dass die Kinder sich nicht entwickeln. Es bleibt halt, bleiben die Dödel. Und das ist so. Und da ist man jedes Mal, man kann es nicht fassen, dass sie immer noch solche Scheiße bauen. Ringe schlucken und so weiter. Ja, Eheringe. Und das Schöne war, wir verraten es jetzt natürlich nicht, aber der große Gewinner der letzten Pastewka-Folge bist ja tatsächlich du. Ja, da gibt es einen ganz großen Moment, bei dem man denkt, krass, wie geht das denn? Das ist ganz wunderbar verpackt. Wie war das denn für dich, dass Pastewka eigenständig zu einem schönen Ende geführt wurde? Man hätte es ja noch ewig und drei Tage weitermachen können, aber so, Sebastian hat ja selbstbestimmt mit allen anderen gesagt, wir bringen es geil zu Ende. Warst du dafür oder hättest du gesagt, ach komm, hätten wir eigentlich noch weitermachen können? Ich fand das so in dieser Form gut. Ich fand das in dieser Form konsequent. Ich weiß nicht, man muss nicht immer alles ausschlachten, bis die Leute sagen, Pastewka, langweilig. Das passiert mit vielen Dingen, die man so bis ins Unendliche weiter perpetuiert. Nee, ich fand das schon richtig gut und sehr gerade und stark, diese Entscheidung von Bastian, weil ich denke, das ist seine Entscheidung. Und ich respektiere das. Und wir sind ja trotzdem, wir sind ja in der Familie, privat auch. Wir treffen uns, kennen uns, lieben uns. Und da ist viel Wehmut natürlich dabei, aber so ist das Leben einfach. Man beendet manchmal Sachen. Immer wieder. Und an einem schönen Moment, als Sabine bei mir zu Gast war, hat sie auch gesagt, oh, ich gehe heute Abend noch zu Dietrich, da ist großes Essen, da treffen wir uns alle. Und Bettina war am nächsten Drehtag da und sagte, oh, es war ganz wunderbar. Du sollst ein fantastischer Koch sein. Ja, ich koche gerne, aber ich bin kein, wie soll ich sagen, Sternekoch, sondern es ist mehr so eine rustikale Geschichte. Jamie Oliver, so heißt er, glaube ich, der Koch aus England. Das ist so ein Vorbild für mich, das mag ich, das rustikale, schöne, wo man ständig probiert selber, während man kocht und Spaß hat. Und guten Wein dazu und so, das macht Spaß. Und die Schauspielerei ist ja jetzt schon seit vielen, vielen, vielen Jahren ein treuer Begleiter für dich. Und mir bist du tatsächlich das erste Mal im Bereich Comedy halt mit Pastewka aufgefallen. Das liegt aber auch daran, dass du halt wirklich wahnsinnig aktiv auch beim Theater warst und bist. Wann kam denn das erste Mal diese Liebe für die Schauspielerei mit voller Wucht in dein Leben? Nein, ich muss dazu sagen, ich bin im Theatermilieu aufgewachsen. Mein Stiefvater war, ich bin ja in Schweden aufgewachsen und der war Schauspieler, der zweite Mann meiner Mutter. Und da habe ich das Theater um die Ohren gekriegt. Ich bin da drin aufgewachsen mit diesem Theater, mit Schauspielern und so weiter. Und wollte eigentlich deswegen erst mal gar nicht Schauspieler werden. Und das kam für mich eigentlich lange nicht in Frage. Ich wollte Kapitän zur See werden, weil mein Großvater mütterlicherseits, der war Schiffbauer gewesen. Und meine Mutter kommt aus Hamburg oder kam aus Hamburg, sie ist leider tot. Aber naja. Und dann irgendwann so, da machte ich, ich war bei der Lufthansa, bei der Swissair. Ich habe so eine Luftverkehrskaufmannslehre gemacht in Stockholm in den jeweiligen Büros von diesen Fluggesellschaften. Und dann musste ich zum Militär und gleichzeitig hatte ich meine erste feste Freundin. Und die hat mich während meiner Militärdienstzeit verlassen. Und da hatte ich eine Krise und habe gesagt, so, du gehst nicht wieder zurück ins Luftverkehrsbüro, sondern jetzt machst du eben doch das, was du auch insgeheim, hatte ich schon damit geliebäugelt. Habe ich dann doch, jetzt versuchst du es mit dem Theater. Naja, und dann habe ich es versucht und es hat geklappt. Wer war denn der erste Mensch, der gesagt hat, du hast Talent fürs Schauspiel oder warst du das selber? Nee, das war mein Stiefvater. Der hat auch schon mal versucht, mich, als ich noch ein Knabe war, als Kalle Blomquist habe ich Casting gemacht. Aber da haben sie mich nicht genommen. Kostverächter. Naja. Naja, die haben mich, ja, ja. Die Kostverächter. Ja, ja, klar. Krass. Mittlerweile bist du tatsächlich sehr, sehr, sehr viel unterwegs. Und ich fand dein Auftritt in der Soko Leipzig wahnsinnig beeindruckend. Du hast in der Folge der Schattenmann mitgespielt. Und man weiß am Anfang gar nicht so recht, was machst du, weil man lernt dich kennen als jemand, der da immer an dem Tag an der gleichen Ecke in der Kneipe sitzt, gegenüber von einem schwulen Club. Und es stellt sich nach und nach heraus, dass von deiner Figur, der nicht nur der Enkel schwul ist, sondern auch der eigene Sohn, der eben da eine heimliche Beziehung führt. Und die Figur, die du spielst, es ist nicht ganz klar, was passiert. Irgendwann wird es natürlich immer klarer. Auf jeden Fall jemand, der ein ganz großes Problem mit Homosexuellen hat und das da auch gewalttätig wird. Und ich weiß, für Schauspieler ist es immer schön, wenn man eine große Herausforderung hat. Wie war das für dich, diese Rolle, als du sie gelesen hast? Weil man muss sich ja in Rollen teilweise, auch wenn man sie nicht gut findet, hineinversetzen, um den Leben einzuhauchen. Wie war das bei der Figur? Also ich fand das Gleiche, ich fand das sehr riskant, dieses ganze Drehbuch, dachte ich, mein lieber Mann. Aber gut, da habe ich gedacht, ich habe die Verantwortung. Ich muss diese Geschichte retten, indem ich das vernünftig spiele, dass man die Verbitterung dieses Mannes irgendwie nachvollziehen kann, beziehungsweise vielleicht, nicht Verständnis, aber dass man ein bisschen hineingucken kann. Und das war mein Ehrgeiz. Und dann fand ich das doch sehr spannend, das zu spielen. Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Das heißt, ich kann mir auch grob vorstellen, warum Menschen etwas tun. Und was mir aufgefallen ist bei deinem Spiel, und man findet einige Szenen davon im Internet, ist, was du toll reingelegt hast in diesen Charakter, ist die Verzweiflung einfach, die der hat. Dass der das nicht fassen kann. Dass der das als persönliches Versagen empfindet. Sein Sohn, der kann doch also nur wirklich nicht schwul sein. Also das, fand ich, war ziemlich krass, wie du das gelöst hast. Waren das Dreharbeiten, die für dich herausfordernd waren? Oder ist das schon so ein bisschen Alltagsgeschäft? Nein, nein. Das war schon, ja, das war eine sehr konzentrierte und angenehme Arbeit mit einem sehr angenehmen Regisseur, mit angenehmen Partnern, muss ich sagen. Also das Arbeiten war eine reine Freude. Und man hat ja ein bisschen Zeit, sich Gedanken zu machen über so eine Figur und so eine Rolle. Und dadurch, dass ich da, ja, dass der Teppich ausgerollt wurde und die Kollegen und die Regie und die Kamera einfach toll waren und eine tolle Einstellung hatten, war das ein, ja, gemachtes, wie sagt man, gemachtes... Nest. Nest. Und ich glaube, ähnlich war es auch bei Professor T. Weil da spielt ja nun, den wir alle als Hagen kennen, Matthias Matschke, den großartigen Professor T. Und er hatte im Interview hier auch verraten, dass die Rolle, die du gespielt hast, die hatten schon lange überlegt, dich zu besetzen. Aber haben immer so gesagt, ah, können wir das wirklich machen? Und ich hatte ihn... Aus Versehen Dödel, ne? Genau. Und hatte ihn gefragt, ob es vielleicht aus Versehen einfach aus der Routine heraus passiert ist, dass du ihn am Set oder vor Kamera Hagen genannt hast. Und da guckte er mich sehr skeptisch an und sagte, nee, dafür sind wir ja Profis. Und in der vorletzten Staffel von Professor T. gab es ja eine Szene, da ist Matthias, spielt gar nicht, der ist irgendwie in einem ganz komischen Zustand. Und du musst ganz alleine auf ihn, redest auf ihn ein, treibst diese Szene nach vorne. Ist das anstrengend oder macht das noch mehr Spaß? Nein, das ist, ja, das ist Routinearbeit, muss ich sagen. Und er hat ja die Aufgabe, autistisch wegzutauchen. Und meine Aufgabe war, zu versuchen, ihn zu wecken. Und da ist es blöd, wenn er dann zwischendurch doch was sagt. Weil dann sagt er, okay, wunderbar, jetzt bist du wach, jetzt können wir vernünftig gar nicht normal reden. Aber solange er da weggetaucht ist, hatte ich Motivation, weiter auf ihn einzubrüllen. Ja, nö, das ist kein besonders schwieriges... Weiß ich nicht. Nö, das ist Routinearbeit. Wie ist es denn eigentlich, mit Oliver Welke zu spielen? Das ist lustig, das ist lustig. Nee, es ist wirklich schön mit ihm. Es ist nur so, dass, sagen wir mal, der einzige Einwand, den ich hätte, ist, dass er natürlich, er macht das ganze Ding, ne? Er stemmt die ganze Geschichte. Eigentlich ruht alles auf seinen Schultern, ne? Und wenn du so eine Szene mit ihm hast, dann merkst du, dass er auch gleichzeitig Regie führt. Er guckt dich nicht so sehr als Partner an oder nicht, sondern guckt dich halt, wie macht er das, wie macht er das? Und das ist irritierend ein bisschen. Und er ist manchmal, teilweise hat er ja die Texte selber geschrieben, die ich spreche. Und dann hat er auch eine Vorstellung, wie das gesprochen werden soll, damit die Brande rauskommt und so weiter. Und da merkst du so ein bisschen seine Ungeduld. Er hat sich aber gebessert im Laufe der Jahre, muss ich sagen. Das war am Anfang, hatte ich ein bisschen, musste ich manchmal sagen, kannst du deine Kritik vielleicht erst nachher sagen? Und nicht während ich es gerade am Kreieren bin. Und dann bin ich, dann ist man leicht verschlossen dann und gehemmt. Aber sonst macht das riesigen Spaß. Ich bin groß, sehr, sehr dankbar, dass ich in der Heute-Show immer noch dabei sein kann. Weil ich halte die Sendung, diese Art von Sendung auch sehr wichtig. Und auch diese, die hat, wenn sie in den Sternstunden, ist sie so klasse, dass ich mich nach wie vor unheimlich freue. Wir als Zuschauer, auch heute schon ganz, ganz großes Kino. Und es gab, um eine deiner vielen tollen Auftritte rauszunehmen, du warst jemand, der sein eigenes Königreich mal schnell erobert hat oder festgelegt hat. Bei sich zu Hause irgendwie ein Zimmer, weil die Frau hat auch ein eigenes Königreich festgelegt. Du kamst da gar nicht raus. Du warst im Krieg mit einem Nachbarn. Der hat sich als legitimer Nachfolger der DDR-Führung gesehen. Es war ein Fest und parallel hast du immer noch irgendwelche Dekrete gestempelt. Großartig. Ich muss sagen, das ist auch meine Lieblings, wirklich meine Lieblingsszene aus den verschiedenen Heute-Show-Szenen von Hasknecht, äh Quatsch, von Hesen. Ein bisschen L'Oreal ist das, ne? Da, also ich mag das sehr. Da waren wirklich viele schöne Momente. Gibt es denn eigentlich bei Dark einen Moment, bei dem du sagst, oh, das war spielerisch der Schönste? Oder ist das zu schwer, weil das war ja, das war ja durchgängig fantastisch. Auch das ganze Cast drumherum, das war ja übermenschlich. Ja, also Dark war eine tolle Arbeit, muss ich sagen. Ganz, ganz große. Also so ein tolles Team, die beiden die Regie und Drehbuch geschrieben haben zusammen. Also Bo und Jantje oder Jantje und Bo, um die Damen zuerst zu nennen. Fantastisch. Also ganz liebenswürdige Menschen, die richtig ihr, dieses, das, was sie da kreiert haben, das war ihr Kind und sie haben es so mit so viel Liebe in Szene gesetzt. Und dieser fantastische Kameramann, die Beleuchter, die alle aus allen Gewerken, Ton und so weiter, wie die da an einem Strang gezogen haben. Und das waren harte Zeiten, das waren harte Arbeitstage. Und es war immer, die Stimmung war prima. Wie lange war denn so ein Arbeitstag? Naja, ich würde mal sagen, das konnte sein, dass ich morgens um vier abgeholt wurde zu Hause, dann in die Maske, dann ging das schon mal bis abends um acht, neun Uhr. Und dann wieder heim und am nächsten Tag weiter? Ja, ja, dann natürlich nicht so früh, aber es war schon manchmal sehr, sehr anstrengend. Aber ich weiß nicht, ich habe da auch zu einer inneren Ruhe gefunden durch diese lange Maskenzeit. Und durch die auch, es ist ja so, dass eine Maske oder eine Sprache, die einen besonderen Duktus hat in einer Rolle, ob es am Theater Verse sind, das schützt den Schauspieler, würde ich sagen. Du fühlst dich dann geborgen. Also ich hatte bei Dark mit der Rolle nie Angst, dass ich irgendwie, was weiß ich, meinen Text nicht kann oder so ein Quatsch. Das ist natürlich passiert, dass ich mal meinen Text nicht konnte. Aber das hat mich nie aus der inneren Ruhe gebracht, alles zu versuchen und zusammen mit der Regie, der dann sagt, nee, kannst du mal so ein bisschen mehr so geben, Gas an der, weil es war ja sehr limitiert, auch die Ausdrucksmöglichkeiten für die Figur. Nee, das war eine große Freude, das zu machen. Ein Kernsatz aus Dark war auf jeden Fall, was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ein Ozean. Ja. Und in der letzten Folge sagst du diesen entscheidenden Satz auch noch einmal. Und für mich war einer der stärksten Momente, da hält deine Figur einen Anfangsmonolog. Und jede Figur, die entscheidend ist, sieht die Person, die sie am meisten begehrt, sich gegenüber sitzen oder stehen. Und die ist dann auch immer wieder weg. Und da hält Adam eine so fantastische Rede. Im Groben sagt er, unser Schmerz ist das Schiff, unsere Sehnsucht ist der Kompass. Ja. Das Begehren, er spricht über das Begehren, diese Leidenschaft. Ja, das ist ein wunderschöner Monolog, den habe ich auch sehr gerne gesprochen, muss ich sagen. Aber ich kann ihn nicht mehr auswendig. Hast du den in einem Studio eingesprochen oder war das irgendwo am Set oder wie lief es? Das haben wir in der Szene, warte mal, nee, doch, das haben wir in der Szene. Ich habe teilweise Szenen gespielt da, ich weiß jetzt nicht genau mehr mit dem Text. Aber wir haben oft so gemacht, dass wir eine Spielszene hatten und dann kamen andere Szenen, wo aber Adam weiter Voice-Over. Und wir haben aber dann durchgedreht. Ich habe in dem Duktus weitergesprochen, bis wir wieder in die Szene tauchen, wo Adam wieder live drin ist. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie weit das mit diesem langen, das war einer der längsten Monologe, wie weit da auch Adam wirklich aufgetaucht ist. Das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Er war am Anfang und am Ende zu sehen und es war wirklich ganz, ganz toll gesprochen. Also das habe ich mir, glaube ich, siebenmal hintereinander angeguckt, um das auch, weil da hat alles gestimmt, Musik, Visualität, Text, die Tonalität, das war irre. Welche Szene war die letzte, die du für Dark gedreht hast? Welche war dein Final Clap? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte eine mit der Eva, wo wir uns umarmen und dann zu Sternen werden oder was. Das war tatsächlich die letzte? Das war eine der letzten. Ich weiß nicht, ob das die letzte war. Ich glaube, das war die vorher. Ich weiß es nicht mehr genau. Es war jedenfalls in dem Set, war das in demselben Set, war die letzte Szene. Und das war ein wehmütiger Moment, muss ich sagen. Das glaube ich. Ich hätte fast getippt, dass das Niederbrennen von Adams Hochburg quasi das letzte gewesen wäre. Nee, das haben sie vorher gemacht. Wir haben ja in dem Set mehrfach gespielt, in dem verbrannten Set. Ja, stimmt. Logik. Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Welche Szene war die letzte bei Pastewka, die du gedreht hast? Muss ich nachdenken. Muss ich nachdenken. Muss ich nachdenken. Papa Pastewka im Garten. Aber auf jeden Fall war das der letzte, der Drehort. Und dann habt ihr euch noch ein allerletztes Mal für ein Special zusammengetroffen. Da saßt ihr auf einer Wiese unter einem Baum. Alle Pastewkas saßen da. Und Bastian sagt im Off, man hört es, dass er sagt, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir alle so zusammen sein werden. Und in dem Moment sieht man dich, wie du deine Hände um Bastians Gesicht machst. Du hältst ihn fest. Wie war das da bei diesem Dreh, bei diesem privaten Moment, an dem eine Kamera dabei war, danach Tschüss zu sagen? War das leicht? Ich glaube, wir haben dann anschließend noch Party gemacht, privat. Das war ja nur für die Kamera dieses Idyll. Aber wir haben gesagt, da hätte man eigentlich die Party machen sollen, die anschließend stattfand. Weil es war so herrlich da am Rhein unter diesem Baum. Das war ganz wunderbar. Das war sehr, sehr, sehr schön. Krass. 2020 endet serientechnisch mit dem Ende von Professor T. Dark ist zu Ende und Pastewka ist zu Ende. Man sagt, alle drei Serien haben ein sehr gutes Ende gefunden, mit dem Zuschauer leben können. Konntest du als Schauspieler auch mit allen drei Enden gut leben? Ja, ja, muss ich sagen. Ich war sehr beruhigt über das Dark-Ende. Da kann man auch mitleben. Ist sehr schön gemacht, finde ich das. Da kann man sagen, okay, so kann man das beenden. Weil da habe ich im zweiten Teil, in der zweiten Staffel gesagt, wie wollen die das hier zusammenknüpfen, was sie hier angerichtet haben. Wir wollen sie dieses Gericht noch einmal auf dem Tisch dann servieren, dass man sagt, jo, das hat jetzt gut geschmeckt. Nee, das war toll. Das muss ich sagen. Ich war sehr, sehr positiv, nicht überrascht, aber beruhigt und glücklich. Wir waren alle glücklich. Die haben ein wunderbares Abschlussfest gemacht auch, Bo und Jantje. Mit einem Making-of und mit langen Reden und mit Tränen. Es war so rührend und so schön. Ja, das war ein ganz besonderes Erlebnis. Und ich bin ja schon ein paar Jährchen dabei. Ich habe nach der ersten Staffel gedacht, oh Gott, jetzt gehen die auch noch in die Zukunft. Und da wusste ich ja noch überhaupt nicht, was auf mich zukam. Da gab es Adam noch nicht mal, wenn man wusste. Also eigentlich lohnt es sich da auch eigentlich direkt nochmal reinzugehen. Weil es ist tatsächlich auch dieser Schlussmoment in all seiner Form ist so, ich würde fast erlösend sagen. Es ist so wahnsinnig gut gemacht. Also wer immer noch nicht da geguckt hat, es ist für mich tatsächlich die beste deutsche Serie. Es ist schwer, da was anderes zu nennen. Denn gerade mit dieser Breite, mit dieser Tiefe, das hätte sich wahrscheinlich ein privater oder ein öffentlich-rechtlicher Sender in Deutschland nie getraut. Weil man geglaubt hätte, das begreift der Zuschauer nicht. Aber Zuschauer haben Bock auf sowas. Nicht alle. Es gibt, ich kenne viele, ich kenne auch Leute, nicht viele, aber ich kenne Leute, die sagen, oh Mann, das ist mir zu. Und du musst ja so konzentriert sein und am besten musst du es hintereinander weggucken. Also, aber es ist, ich kenne ja Leute in Spanien und in Südamerika, die sind völlig fasziniert von dieser Art Serien. Das finden die ganz, ganz, ganz toll. Also mehr als in Deutschland, muss ich sagen. Ja, viel mehr als in Deutschland. Es war ja ein unglaublicher Erfolg in Indien und in den USA. Und in Deutschland wurde wieder gemeckert, es wäre zu verkopft und die Schauspieler. Und ich muss sagen, es gab halt diese richtig starke, schöne letzte Szene mit dir und Luis Hofmann, der den jungen Jonas spielt. Da steht ihr euch gegenüber und du sagst, wir haben gedacht, wir könnten es verändern, aber wir brauchen euch auch dieses letzte großartige Spiel. Und ich fand euch beide zusammen, also Luis sowieso, fantastischer Schauspieler. Wenn man weiß, man hat so ein gutes Gegenüber, also ich weiß nicht, ob du ihn auch als gut empfindest, aber wenn man ein gutes Gegenüber hat, freut man sich dann auf eine Szene, bei der es so richtig hin und her geht, dialogtechnisch? Natürlich freut man sich, freut mich, ja, ganz klar. Gute Partner ist immer was Tolles, es ist wunderbar. Und da waren nur gute Partner, würde ich sagen, in Dark. Überhaupt in allen den drei Dingern, über die wir jetzt sprechen, da habe ich großes Glück gehabt. Und jetzt passend zu meiner Arbeitslosigkeit in diesem Jahr kommt Corona, da kann man sowieso weniger tun. Obwohl ich nicht klagen muss, darf, ich habe immer noch zu tun, ich mache ein paar Sachen. Das freut mich sehr. Gibt es eigentlich ein Alter, bei dem du sagst, okay, jetzt höre ich auf mit Schauspielerei oder sagst du, solange man mich will und solange ich kann, mache ich? Ja, ich denke, ich mache, solange man mich will und wenn ich merke, dass ich zu vertrottelt werde, dann werde ich vielleicht auch den Moment finden, wo ich mich zurückziehe. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Die Warnsignale sind ja da, dass man sich Namen nicht mehr merken kann und dann trifft man jüngere Leute, die sind genauso bescheuert, was Namen betrifft. Also, die kriegen auch manchmal eine Geschichte nicht zu Ende, weil sie die Namen von dem Regisseur so und so und dem Filmstar so und so und dem Sportler so und so eben nicht zusammenkriegen. Vielleicht liegt das daran, dass wir so bombardiert werden mit Reizen, mit Serien, mit Büchern oder dass wir weniger Bücher lesen oder sehr viel Serien gucken, sehr viel Nachrichten, Social Media und so weiter. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, das alles auseinanderzuhalten für unser armes Gehirn, was ja eigentlich toll ist. Also, es ist ein solches Wunderwerk, das menschliche Gehirn, da bin ich eigentlich, höre ich nicht auf, platt zu sein. Ja, das ist wirklich beeindruckend. Beeindruckend finde ich auch deine Karriere bisher und ich hoffe, dass du uns noch ganz, 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 ganz lange erhalten bleibst. Das war Dietrich Olinda-Bäumer in der Web-Talkshow. Vielen Dank für deine Zeit. Ich habe zu danken. Alles Gute. Dir auch. Und du hast jetzt sogar noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Für euch da draußen gilt, die Welt ist ein wundervoller Ort. Bitte sorgt dafür, dass das auch so bleibt. Bis morgen. Ich habe da, ich habe da auch überlegt. Ich habe über diese Frage nachgedacht. Ich weiß nicht zu sagen. Ich finde den Beruf wunderschön und ich, da draußen sind ja, ist ja mein Publikum. Und dem will ich auch nicht in den Arsch kriegen und sagen, ich liebe euch. Aber ich könnte höchstens sagen, ich brauche euch. Ich mag euch. Bleibt so, wie ihr seid. Tschüss. 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 Tschüss.